Ich begrüße euch zu meinem 29. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Schwangerschaftskonflikte. Es heißt, gute Nachrichten haben keine Kleider. Das größte Glück, das eine Frau erfahren kann, ist das Erlebnis, wie ein Kind unter ihrem Herzen heranwächst. Leider fiel der Wert, ein neues Leben zu schaffen, immer mehr in den Hintergrund. Dies ist jedoch für den Erhalt unserer Bevölkerung vonnöten. Wenn eine Frau tatsächlich nicht schwanger werden will, ist es ihre Entscheidung. Wenn diese dennoch nicht auf die sexuelle Befriedigung verzichten will, gibt es genug Möglichkeiten, um eine Schwangerschaft zu verhüten. Neben der zahlreichen Verhütungsmittel gibt es viele Möglichkeiten, nicht schwanger zu werden. Passiert es aber, darf es nicht sein, dass eine Schwangerschaft rückgängig gemacht oder abgebrochen wird. Hier geht es schließlich um ein Menschenleben. Schwangerschaftsabbrüche sind zu keiner Zeit als normal oder alternative Möglichkeit zu werten. Schwangerschaftsabbruch ist Mord. Das Problem beginnt aber schon beim Reden. Wenn eine Frau schwanger wird, redet sie davon, ein Kind zu bekommen. Richtig wäre aber, dass sie eines hat, es lebt unter ihrem Herzen. Sie wird auch nicht Mutter, sondern sie ist es schon, sobald die Schwangerschaft feststeht. Es benötigt nur wieder etwas mehr Erwartungsfreude, um nicht jedes Jahr rund 100.000 Kinder in Form von Schwangerschaftsabbrüchen umzubringen. Es ist immer vernünftig, sich für das Leben zu entscheiden. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass eine Schwangerschaft gegen den Willen der Mutter unter Gewalteinwirkung zustande gekommen ist. Jemand, der eine Frau vergewaltigt, muss bestraft werden. Sogar erheblich strenger, als es momentan der Fall ist. Wieso das Kind aber umbringen, weil ein elendisch Schwein meinte, eine Frau schänden zu müssen. Das Kind hat die Tat nicht begangen und ist unschuldig. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass keine Frau in ihrem Kind jemanden wiedererkennen will oder an etwas erinnert werden will, den man abgrundtief hasst. In dem Fall ist eine Freigabe zur Adoption der Abtreibung vorzuziehen. Das Umbringen eines Kindes darf im Grunde niemals eine Option sein. Wenn es medizinische Situationen gibt, wenn nur einer überleben kann, Mutter oder Kind, ist vermutlich die einzige Situation, die es legitim machen würde, sich auch gegen das ungeborene Leben zu entscheiden. Wenn also das Leben der Mutter nur gerettet werden kann, wenn die Schwangerschaft abgebrochen wird, dann ist das Leben der Frau zu schützen. In allen anderen Situationen halte ich den Abbruch einer Schwangerschaft für Mord und es gehört, auch wie Mord bestraft. Ein Video zur Verschärfung von Strafgesetzen wird es noch geben. Im Rahmen von Schwangerschaftskonfliktberatungen sollte immer das ungeborene Leben und nicht die Erfüllung des Abtreibungswunsches im Vordergrund stehen. Das Werben von Abtreibungen sollte im selben Maß strafrechtlich verfolgt werden wie die Abtreibung selber. Das gilt im Übrigen auch, wenn das Kind nicht gesund geboren würde. Auch ein behindertes Kind hat ein Recht auf Leben. Die heutige Zeit bietet genug Möglichkeiten, um auch in dem Fall Hilfe zu bekommen. Die MeToo-Kampagne, mein Bauch gehört mir, kann nur Gültigkeit haben, wenn für dieses Recht kein anderes Leben genommen wird. Es kann sich somit nur auf medizinische Eingriffe, aber niemals auf einen Schwangerschaftsabbruch beziehen. Abgesehen davon erinnere ich Ärzte an dieser Stelle gerne an einen Inhalt des Hippokratischen Eides. Jetzt folgt ein Zitat aus Absatz 4. Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch dazu nur raten. Auch werde ich niemals einer Frau ein Abtreibungsmittel geben. Heilig und rein werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Demnach ist jeder Schwangerschaftsabbruch nicht nur Mord eines ungeborenen Kindes, sondern auch ein Bruch des Hippokratischen Eides, welchen jeder Arzt schwört. Ein Video zum Thema Gesundheit und Pharmazie findest du oben unter dem i. Der Politik sollte neues Leben so wichtig sein, dass jedes Kind eines deutschen Bundesbürgers mit einer Kinderwillkommensprämie von 10.000 Euro und einem dreimal so hohen Kindergeld als derzeit gefördert wird. Kinder müssen eine Bereicherung sein und dürfen niemals ein Armutsrisiko darstellen. Zum Thema Familie wird es noch ein gesondertes Video geben. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.